Guten Morgen in der Morgen! Ho, ho, ho! Ho, fröhlichen Advent wünsche ich euch. Ja, es ist soweit. Ich sitze hier. Hier steht der Adventskalender. Ja, und wir werden jetzt das erste Türchen aufmachen. Wir haben den 1. Dezember. Jawohl! Wir können den ersten Schnaps aufnehmen. Hey, super, geil. Prost, ihr Lieben. Ne, so weit sind wir noch nicht. Wir müssen erst das Türchen aufmachen. Ich habe schon mal geguckt. Hier ist die 1. Ich hoffe, mir fällt der ganze Klatteradatsch nicht gleich entgegen. Ich ahne Schlimmes, aber wir werden sehen. Ja, ganz ehrlich, im Gegensatz zu dem Bierkalender vor zwei Jahren ist der richtig schlecht verarbeitet. Ich bin da nicht mehr zufrieden mit. Also, ich kann euch nicht empfehlen, den zu kaufen. Jetzt schon, obwohl ich noch nicht mal ausgepackt habe. Weil, nee, irgendwie passt das nicht. Aber okay. Wir werden den jetzt auspacken. Vielleicht sind ja ganz leckere Liköre bei. Und ich sage, oh ja, kauft euch den, packt die Liköre aus. Und ja, egal wie er verpackt ist. Sollte mir jetzt der ganze Kram entgegenkommen, machen wir das Ganze anders. Dann mache ich alle Türchen auf, schmeiße die ganzen Likörflaschen in eine Tüte und wir ziehen einfach jeden Tag eine Likörflasche aus der Tüte. Weil ich meine, die Flaschen werden ja okay sein da drin. Nur halt der Kalender an sich, die Verpackung ist sehr, sehr billig, muss man leider sagen. Ja, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Fangen wir an, oder? Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Ansonsten, wie gesagt, wenn man an die Flaschen so ohne weiteres nicht drankommt oder die irgendwo alle hier unten liegen, dann nehme ich hier live das Ding komplett auseinander und haue die ganzen Pullen raus in eine Tüte und ja, dann ziehen wir halt jeden Tag aus der Tüte ein Fläschchen. Wird ja zur Not auch gehen. Letztendlich geht es ja darum, die Fläschchen zu haben. Sozusagen, gib mir das Fläschchen. Oh, wei, das Niveau sinkt so wieder. Ja, okay, bevor wir hier ganz abschweifen, auf geht's. Ich gucke mal, ob ich das hier irgendwie reingedrückt kriege. Da geht was auf. Da geht was auf. Und ich muss sagen, also das erste Fläschchen kommt man super dran. Ich werde mich nicht noch mal beschweren. Da haben wir. Disco-Klimm. Disco-Klimm. Lime. Disco-Lime. Kann ich die Flasche so ein bisschen, ich versuche mal, Licht blendet mich so ein bisschen in Richtung Kamera zu halten. Ich denke mal, das müsste so gehen. Also ist eine kleine Flasche. Ja, was wird das sein? 0,02. Irgendwie sowas. Also im Prinzip wie jetzt Feiglinge oder Partyklopfer, so die Größe. Und ich würde mal behaupten, das hier ist irgendwas mit Sahne. Das sieht aus wie Sahnelikör. Ja, ich würde sagen, nicht lang schnacken ab in den Nacken. Ich habe ihn jetzt mal nicht geklopft. Sahne. Lecker Sahne. Oh ja. Also der ist schon mal sehr gut. Das ist im Prinzip so eine Art Baileys, kann man sagen. Also mit Baileys kann man das durchaus vergleichen. So ein richtiger, schöner, leckerer Sahne Baileys. Ich glaube, ich liebe diesen Adventskalender. Bisschen nussig. Ja, ich glaube, da habe ich mehr Spaß mit, wie vor zwei Jahren mit den Biersorten. Doch, das ist sehr gut. Jam, jam, jam. Okay, ich trinke ihn später zu Ende. Aldi, ich kann ja nicht besoffen rumlaufen. Funktioniert nicht. Und ich will euch ja auch nicht zehn Stunden hier ein Video zeigen, wie ich an dem Ding nucke. Ihr wisst ja, die Videos kurz und schmerzlos. Deswegen können wir hier gleich Schluss machen. Ja, ich würde sagen, bis morgen. Neuer Tag. Neues T-Shirt. Ich hoffe mal, kein Flugzeug. Ja, und natürlich dann neues Getränk. Bis dann. Macht's gut. Tschö, tschö. Winke, winke. Und bye, bye. Euer allseits unbeliebter Grimmling. Hm. éttake Goku. So.